Jo, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dirt 4, machen wir heute weiter oder starten heute rein in die Gruppe B Cup International. Schweden, Wales, Australien, Spanien. Das altbekannte Leit. Jo, fahren wir mal in Schweden. Ist ja nicht so, dass wir das schon mal hatten. Nehmen wir jetzt 10,5. Okay, dann müssen wir gucken, wie machen wir es. Ich würde da wahrscheinlich gerne drei Folgen draus machen. Um... Oh, ich glaube, ich weiß, wie wir es jetzt machen. Ich glaube, wir fahren die Dinger zu Ende, davon die ersten paar Meter. So, die ersten zwei Kilometer. Dann den Rest davon an Tag 2 und das an Tag 3 noch der Rest hier. Oder? Ja, das machen wir so. Gut. Starten wir mal rein. Das geht's. Hier, in Schweden. Wir bleiben direkt da. Wobei, drei Folgen kann man ja sagen, einfach 2, 2, 2, die ganze... Egal, wie lang es ist. Geht ja auch, theoretisch. Ja, machen wir so. Das war jetzt wie Tausend Dinger Splitte. Machen wir so. Machen wir dann 2, 2, 2. In drei Folgen. Naja, machen wir schon. Machen wir jetzt ein Reserverad mit. Gehen rein. Es scheint ein Unfall passiert zu sein. Du könntest auch ein stehendes Auto treffen. Okay. Es geht schon besser ab als der Peugeot, was wir vorher hatten. Jetzt war es 5 mal. Links 6, durch Senke, in rechts 5, überwenden. In links 6. Achtung, links 1, überwenden. Sprung, links 4, in rechts 5, durch Senke, in links 4, überwenden. Rechts 5, überwenden. Links 4, lang, durch Senke. In links 3, überwenden. Rechts 4, überwenden. Links 4, überwenden. Rechts 3, überwenden. In rechts 4, lang, durch Senke. Links 5, überwenden. Rechts 6, rechts 4, überwenden. Gefahren mal raus. Pass auf. Links 2, macht auf. Durch Senke, in rechts 4, überwenden. Links 5, überwenden. Da muss ich euch helfen, dass wir da nicht irgendwie reinsegeln. 90, rechts, rechts, lang, links 6. Links 3, durch Senke, links 5, überwenden. Sprung, in rechts 4, durch Senke, in links 4. Links 6, überwenden. Rechts 5, lang, 80, überwenden. So, die 4 Sekunden Zeitschrafe, die nehme ich in Kauf. Scheiße. Ärgerlich, aber gut. Rechts 5, durch Senke. Und rechts 4, rechts halb, überwenden. Sprung, links 3, durch Senke. Ich habe es aber heute mit den... Rechts 3, durch Senke. Links 2, lang, überwenden. Rechts 4. Links 4, überwenden. Rechts 3, überwenden. In rechts 4, lang, durch Senke. Links 5, überwenden. Links 4, in rechts 2, lang, überwenden. Sprung, links 3, durch Senke. Sprung, rechts 3, durch Senke. Links 6, durch Senke. In rechts 5, überwenden. Das ist so einfach gerade, ne? In links 6, links 3, durch Senke. Ich habe es aber. Was ist denn hier los, ja? In rechts 4, durch Senke. In links 4, links 3, durch Senke. Sprung, rechts 3, durch Senke. Sprung, links 2, lang, überwenden. Rechts 4, links 4, links 5, in rechts 4, in 90 Grad rechts, lang, links 6. Achtung, links halb, überwenden. Sprung, links 4, in rechts 5, durch Senke. In links 4, überwenden. Links 4, in rechts 2, lang, überwenden. Sprung, links 3, durch Senke. Sprung, links 3, durch Senke. Rechts 3, durch Senke. Rechts 5, überwenden. Links 4, lang, durch Senke. In links 3, überwenden. Rechts 4, überwenden. Rechts 6, in links 5, überwenden. Was ist denn scheiße, ich will gerade zusammenfahren, Röster? Was ist denn scheiße, ich will gerade zusammenfahren, Röster? Links 4, überwenden. Rechts 3, überwenden. In rechts 4, lang, durch Senke. Links 5, überwenden. Links 6, durch Senke. In rechts 5, überwenden. In links 6. Links 3, durch Senke. Links halb, überwenden. Sprung. Gut, das Hersteller groß genug ist, aber ich fahre mir auch einen Mist gerade zusammen. Sprung, vielleicht Sprung. In rechts 6. Links 5. Rechts 5. Rechts 4, durchsuchen. Links 3, lang, überwenden. Bis Ziel. So, das war Teil 1. Ja, war mir klar, dass wir das auf Rot fahren. Ja, bei mir sind es 23 Sekunden Forschung. Das Ergebnis, das war unschlagbar. So, weiter geht die Reise. Teil Nummer 2. So. Wie, das bei mir ist, Philippines. Aber ich bin unter Knappen. mach dir keine sorgen um die äußerlichen beschädigungen das ist gut machen wir uns auch nicht 5, 4, 3, 2, 1, los, in links, 5, 0, in rechts, 6, durchsenken, rechts, 4, in links, 4, durchsenken, Achtung, rechts, 3, durchsenken, Kuppe, vielleicht Sprung, in rechts, 6, links, 5, rechts, 5, links, 6, durchsenken, in rechts, 5, überwenden, in links, 6, links, 6, rechts, rechts, links, 6, links, 5, überwenden, in rechts, aufwenden, in rechts, rechts, wir haben sogar Rückstand und so wird da schon mal gar nichts mit dem Aufholen. So wird das überhaupt nichts mehr. Was ist das hier, ey? Das Auto ist, glaube ich, ungeeignet für diese Strecke hier. Achtung, rechts, 4, in links, 4, in links, 4, durchsenken, Achtung, rechts, 3, durchsenken, 60, Achtung, in links, halb, überwenden, in links, halb, überwenden, in links, halb, überwenden, in links, 5, lang, überwenden, Kuppe, rechts, 6, 60, Bälle, links, 5, 60, rechts, 3, durchsenken, in links, 5, links, 3, durchsenken, Kuppe, rechts, 3, durchsenken, Kuppe, links, 2, lang, überwenden, rechts, 4, links, 3, durchsenken, durchsenken, links, 1, überwenden, Sprung, in rechts, 4, durchsenken, in links, 4, Kuppe, vielleicht Sprung, in rechts, 6, links, 5. Und da bist du mal dran und was macht der? Der zieht sich, zieht mir den kompletten Heckel. Ja, das war's. Das Ding ist gegessen. Links, 4, in rechts, 1. Ja, der will auch wirklich, der will auch nur in diesen Schnee, in den Schneewehen rein. Links, 2, macht auf, durchsenken, Kuppe, senken, rechts, 4, überwenden, rechts, 4, links, 3, lang, überwenden, bis Ziel. Das war's, ja, am Fall. Alles klar, langsam. Was ist das für eine Kacke, ey? Scheißstrecke heute auf jeden Fall. Da bist du mal drin und der bremst sich wieder weg oder haut sich dann in den Schnee. Und dann haben wir 2,5 Sekunden Rückstand. Und nicht Herster. Okay, nicht schlecht, haupt zur nächsten Wertungsprüfung. Naja, da ist sowieso noch Herster, das ist das Wichtigste. Gut, da wird es einmal mal feiern. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play. Dirt 4 und dann geht's an eine lange Prüfung mit 10,2 Kilometern. Bis dahin und tschüss. Und dann geht's. Du kannst mal, du kannst sie auf drainage.